Leute, ich werde ein bisschen sentimental. Es ist die letzte Folge Love Island in diesem Jahr, hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich wollte eigentlich ein Paillettenkleid aus dem Kellerkram. Ich habe sogar gesucht im Keller, habe aber nichts gefunden, aber ich habe das hier gefunden. Und ich finde, das ist gut genug. Zur Feier des Tages wollte ich mir fast falsche Wimpern aufgeklebt und die Beine rasiert. Wann wird das Bein, habe ich nicht rasiert. Ist ja noch nicht Weihnachten. Aber ich muss sagen, ich habe mich schon rausgeputzt, weil ich finde, es ist ein besonderer Anlass und da muss man auch das gebühren. Deswegen hoffe ich, dass ihr euch genauso rausgeputzt habt am Sonntagabend und dass ihr jetzt genauso aufmerksam zuguckt. Ihr könnt ja jetzt die falschen Wimpern noch draufkleben. Kein Problem, ich habe Zeit. Könnte ich ein Glas Sekt holen? Ich trinke Sekt vielleicht. Oder ein Weinchen. Oder eine kleine, natürlich trübe Apfelschorle. Ein Kakao. Ein Tee. Eine Schalatte. Eine Matcha-Latte. Ein Kaffee. Aber nicht, dass ihr dann nicht schlafen könnt. Zelebriert mit mir also nochmal die letzten vier Folgen. Ich wollte ja mal drei kommentieren, ich habe aber nicht gewusst, dass es 25 Folgen gibt. Dachte, es gibt nur 24. Aber jetzt gibt es da für heute XXL-Spielfilm-Länge. Und ich sage mal. Willkommen im großen Finale von Love Island 2020. Bevor wir aber nun endlich erfahren, wer Love Island 2020 gewinnt. Das ist irgendwie so das Unspektakulärste an der ganzen Staffel. Gegen Ende wird es immer unspektakulärer, weil da haben sich alles schon gefunden und alles ist harmonisch. Der Weg dorthin ist doch eigentlich das Interessante. Der Weg ist das Ziel, finde ich zumindest. Jetzt gibt es aber erstmal eine Nachricht. Die Private Suite öffnet sich für die Eiländer eurer Wahl. Also die große Frage, für wen führt der Weg heute Nacht in die Private Suite? So drei. Nee. Nee, ich möchte nie in die Private Suite. Ich bin für Melvin und Chiara. Ja. Also die große Frage, wer ist für Melvin und Chiara? Nein, ich bin für Tim und... Nee, aber wir... Nee, wir möchten nicht. Und es wird quasi einstimmig beschlossen, denn jeder hebt die Hand. Auch Julia. Okay, wenn alles wollen. Ist jemand dafür, dass ich mit Melvin in die Private Suite gehe? Nee, niemand? Nee, wollte ich aber auch nur eine Idee. War ein Witz. Und was sagt Melvin dazu? Ja. Ich liebste aus der Melvin, dass da das sogar untertitelt wird. Ich weiß nicht, wer ihn da auf dem Kieker hatte, aber ich finde es unterhaltsam. Also auf geht's in die Private Suite. Ich dachte, das ist so eine ranzige Bumshöhle. Ja, ist es doch auch, oder? Die beiden lassen wir jetzt erstmal alleine. Es geht gerade nämlich jetzt um Herzensangelegenheit von Laura. Und die fragt sich, was war der Tobi eigentlich für eine? Ich habe Tobi als sehr straighten, aber unglaublich direkten... Sehr straight, aber unglaublich direkt. Einen offenen, ehrlichen, loyalen Menschen kennengelernt. So kam er auch für mich rüber. Man muss halt auch einfach ganz klar sagen, ihr hattet kaum Zeit. Und das fand ich einfach brutal unfair. Wir alle. Wir alle saßen vor unserem Fernseher-Laptop. Wir auch immer haben gesagt, Mann, ist es unfair. Kacke. Jetzt klingt es hier so ironisch. Nee, wirklich. Es war echt schade. Schade, dass ich die Chance oder dass wir die Chance nie bekommen haben. Sag niemals nie. Wie hätte sich das mit uns entwickelt? Das fragen wir uns alle. Und wir sollen bald eine Antwort darauf kriegen. Ich freue mich wirklich für jeden, der hier glücklich verkappelt ist. Wirklich von Herzen. Ich gönne das jedem so sehr. Aber ich hätte es halt auch mir gegönnt. Und wir hätten es auch dir gegönnt. Wem wir alles auch gönnen, ganz sicher, ist Melina. Wenn man das so fühlt, dass die andere Person ein Problem hat. Und dann rückt die Person mit der Sprache dich raus. Ich erinnere nur an, bist du knarrenschig? Bist du knarrenschig? Hast du ein Problem? Ich frage dich ja, ich habe kein Problem. Nee, ich habe auch kein Problem. Okay, hey, ich weiß, du hast ein Problem. Er sagt, er hat kein Problem. Dann frage ich mich, was ist sein Problem? Ich weiß nicht, was sein Problem ist. Und dann sagt er, ich habe kein Problem. Es ist eine problematische Angelegenheit. Hast du ein Problem? Und ich sage, ich habe kein Problem. Und ich habe dich doch gefragt, ob du ein Problem hast. Und er sagt, ich habe kein Problem. Aber ich weiß doch, er hat ein Problem. Er will es mir nur nicht sagen. Ich finde es gut, dass Melina die problematische Geschichte mit Humor nehmen kann. Sonst hätte sie ja nicht so oft Problem gesagt. Wenn du komisch bist. Wieso komisch? Du bist einfach komisch. Nein, du bist komisch. Ich verstehe wirklich nicht, was du meinst. Wenn du sagst, du hast kein Problem, ich glaube, du hast ein Problem, aber dann ist das so. Und Melina macht ihren klassischen Abgang. Hey, wieso gehst du jetzt weg? Weil ich keinen Bock mehr habe und Melina bin. Alter, 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 Alter. Das denken wir uns doch alle. Wer leider nicht so einen richtigen Auftrag in der Villa hat, ist Julia. Also von vornherein war ja Melvin derjenige, der mich am allermeisten interessiert hat. Und deswegen bin ich schon enttäuscht, dass er mit Chiara jetzt in der Private Suite abhängt. Aber hast du das mit Chiara gesagt? Mit ihr habe ich noch gar nicht geredet, wollte ich aber auch noch machen. Ich habe das Gefühl, das war ein großer Fehler. Das würde ich machen. Das hätte ich vielleicht sogar vorher gemacht. Du bist nämlich zu Melvin gegangen und hast nicht mit Chiara geredet. Am besten schon dann, wenn du gemerkt hast, dass... Eigentlich schon am besten vor Melvin. Am besten hättest du es schon eigentlich, bevor du in die Villa kommst, eigentlich bevor du geboren wurdest, hättest du das schon mal kurz anmerken können. So, vielleicht finde ich den Melvin ganz gut. Alter, 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 Alter. Hätt ich das hintenrum gehört? Hätt ich mir weggetickt. Hätt ich ganz ehrlich. Das glauben wir dir alle, Melina. Lange Umarmungen sind No-No. Ja, ich verstehe das auch. In welchem Recht gehst du zu meinem Kaffee? Naja, ich habe das Recht gegen Kaffee. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das meine ich nicht, aber ich meine es schon. Ich finde es so witzig, wie doppelmoralisch es ein bisschen ist die ganze Zeit. Ja, wir wollen alle kennenlernen und alle sollen die Chance bekommen haben, uns kennenzulernen. Wir wollen nicht verraten, wer unser Kaffee ist und so. Aber du kannst nicht einfach zu meinem Kaffee reden und mit dir reden. Ja, ja, aber in welchem Recht hast du das zu meinem Kaffee, das in Frage zu stellen? Ich verstehe nicht, was Melina meint. Die Chiara ist da auch echt locker. Die ist auch zu mir gekommen, als ich hierher gekommen bin und hat gesagt, ey, wenn du mit Melvin reden willst, so, dann mach es einfach, aber sag mir vorher Bescheid. Die Chiara, die ist einfach locker. Das haben wir alle gemerkt, das ist kein Problem. Ich frage mich, wie das abläuft. Man soll dann zu Chiara gehen und sagen, hey, ich finde den Melvin gut, ich würde mal mit ihm reden. Und dann sagt Chiara, okay, cool. Naja, Melvin und Chiara hatten ja eine schöne Zeit in der Private Suite, bis auf ein bisschen Bussi-Bussi, Kuschi-Kuscheli ist nix passiert. Und die Männer wollen natürlich hören, was Melvin so zu berichten hat. Wir waren baden zusammen so, das Wasser war warm. Das Wasser war warm. Managekünste rausgelassen. Wer hat sie massiert? Noch Fragen? Chiara kommt zurück zu den anderen Frauen und Melina muss erst mal berichten, was sie so mit Julia geredet hat. Ich direkt frage, warum hast du das gestern nicht gemacht? Das finde ich, was mit Respekt zu tun. Ja, hat's auch. Ja, das, was sie gemacht hat, war einfach respektlos. Ich habe irgendwie gar keinen Bock mehr mit der zu reden, so richtig. Cool. Ich denke, da hat sich auch niemand in irgendwas reingesteigert, oder? Ich erwarte eigentlich von den Mädels, dass sie zuerst zu mir kommen. Ich bin the Gatekeeper und ich sage, du musst nicht erst fragen, dann sage ich, ja, du darfst hier durch, du darfst reden. Nein, die Schranke bleibt unten. Ich weiß nicht. Also ich verstehe schon auf der einen Seite, was sie so damit meint, aber auf der anderen Seite denke ich mir, das ist immer so dieses, ich habe mir das vorher um Erlaubnis bitten und so. Wenn der Typ doch kein Interesse hat, dann wird das jeder doch verklickern. Und dann ist doch okay, also dann muss ich das doch auch gegessen haben. Das ist doch eigentlich, ich verstehe das nicht. Jetzt haben wir jetzt ehrlich, ich bin Influencerin. Und ihr scheißigert, wenn du hier reingekommst, ob du da nicht reingekommst. Genau, denn die ist auch die Einzige, die hier FollowerInnen haben will. Und Luca natürlich, die hat ja schon weg. Und alle anderen, denen ist das ja scheißigert, sind ja nur wegen der Liebe hier. Und machen deswegen auch nur, also wegen der Liebe machen die jetzt auch schon Instagram-Werbung, die ich eventuell auch schon auf dem Schirm habe. Aber wir wollen nur Liebe. Ähm, vielleicht ist er ja auch nur die erste Wahl, weil er ein paar Follower hat und so. Und die sind dann anderen. Ja, ich denke auch. Die Julia hat, glaube ich, mit am meisten FollowerInnen. Deswegen, ich glaube, das kann der Bums egal sein. Aber Melina hat wirklich ein Problem mit ihr. Ich bin so, hä, da steht die auf und guckt mich so an. Steht sich hier und guckt mich so an. Ey, so, wenn ich mich provozieren will, ganz falsche Adresse. Wow, ich habe ein bisschen Angst. Wer? Hey, wieso will die sich provozieren? Weiß ich nicht, habe ich ein Gefühl? Sag mal, ein Bauchgefühl. Okay, ja, ich habe es auch ein Gefühl. Meinst du nicht, dass du da jetzt so viel reininterpretest? Nein, ich lasse jetzt so drauf. Dieser Hammer. Meinst du nicht, dass du gerade mich so viel reininterpretierst? Ja. Aber Julia sucht jetzt das Gespräch mit Chiara. Endlich. Hätte sie mal ruhig vorher machen können. Also vorab mich auch bei dir entschuldigen. Wow. Finde ich gut von dir, dass du jetzt kommst und dich entschuldigst. Ja, ich muss sagen, ich war gestern echt pisst und dachte mir so, oh, irgendeinen Spruch muss ich drücken, ne? Mir tut die Julia einfach nur leid. War einfach nicht die richtige Reihenfolge von mir. Ich hätte wirklich zuerst mit dir sprechen sollen. Die tut mir einfach leid, weil sie so wirkt, als hätte sie es einfach so oft gehört, wie Scheiße sich benommen hat. Und jetzt fühlt sie sich schlecht, obwohl sie eigentlich gar nichts so wirklich Schlimmes gemacht hat. Wieso hast du denn jetzt plötzlich hier auf Love Island Interesse an Melvin und nicht vorher so? Weißt du, wie ich meine? Ja, die beiden kannten sich ja schon von früher, aber da war er ja halt auch nicht Single. Der war ja mit Gerda zusammen. Dass diese Konstellation zustande kam, dass er jetzt mittlerweile Single ist und wir uns hier wieder sehen, war so das erste Mal, dass ich für mich drüber nachgedacht habe. Dass sie ihn halt einfach gut findet. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich alles falsch gemacht habe, was man falsch machen kann, so vom Start her. Ich bin eigentlich... Ah, das wollte ich jetzt auch nicht. Ja, aber es war doch klar, wenn ihr alle, die ist neu, die kommt da neu rein, dann findet sie auch noch einen Typen gut, der jetzt schon jemanden gefunden hat. Und das war die einzige, einzige Person, wo sie schon vorher einen Bezug zu hatte. Und scheiße, dann sind alle enttäuscht von ihr, wie sie sich verhalten hat, obwohl sie gar nichts Schlimmes gemacht hat. Irgendwie komme ich mir sehr falsch vor, weil eigentlich bin ich jemand, dem das auch immer wichtig ist, mit den Mädels sich zu verstehen. Du bist nicht falsch. Es ist alles cool. Wir haben die alle verziehen, beziehungsweise ich. Ganz ehrlich, ich war nie sauer auf dich. Jetzt gibt es ein neues Spiel und zwar müssen die Boys so ein bisschen Jens Bond spielen. Lonzo, ich bin... Donbarn Schlonzo! Der Henrik, der wirkt auch wie so ein kleines Kind, das immer so plötzlich so durch die Wohnung rennt und einfach so eine Lampe umschmeißt und dabei schreit. Und man fragt sich, okay, er hat halt gerade seine fünf Minuten in Ordnung. Ah ja, der nächste Clip zeigt eigentlich auch, wie er diese Lampe umschmeißt. Schön, die Sondra ins Bett getackelt. An sich ist es ein Spiel wie jedes andere. Es wird ein bisschen getanzt, man muss sich ausziehen, man muss die Frau aufs Bett schmeißen und küssen. Ist jetzt nichts, was wir noch nicht gesehen haben. Aber unser Untertitel-Mensch, Grüße gehen raus an dich, der macht's richtig unterhaltsam für uns. Achtet mal drauf, was Melvin sagt und was drunter steht. Mein Name ist Melvin, Lightning Melvin. Warum steht da E-Wims? Major Laser! Ich habe Tränen gelacht, als ich es das erste Mal gesehen habe. Warum steht das da? Kann mir das irgendjemand erklären oder ist das einfach komplett random? Von dem Spiel muss man sich natürlich erstmal erholen und deswegen steigen wir mal in die Badewanne mit Henrik und Sandra. Hey, zusammenfass. Ich kann es nicht. Ja, er muss schon wieder kalt duschen. Wo es jetzt auch heiß hergeht quasi, ist zwischen Murat und Melanie. Was denkst du so, wie sich Sachen entwickeln? Kommt drauf an, wie du dich machst. Du musst dich nämlich um 180 Grad verändern und dann kann es vielleicht was werden. Easy, wir reden viel, wir lachen viel. Es ist mega entspannt. Wir sind uns auch schon so nah, dass wir uns ein paar Mal geküsst haben. Dass diese Barriere schon mal durchbrochen ist, ist für mich wichtig. Ja, vielleicht ist es aber ein bisschen schnell gegangen, oder? So, und jetzt wird es offiziell, Leute. Ja, wir gucken da rein. Wo guckst du nochmal rein? Oder da. Eben, muss ich gucken. Ja. Und muss ich... Ah, da. Hi, Ebims. Wir sind jetzt ein Couple. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich sehr für euch. Ich denke, eure Liebe wird sehr, sehr lange... ...währen. Jetzt ist wieder Zeit für eine Nachricht. Mach dich jetzt fertig für ein Blind-Date. Uh, alle freuen sich. Nur heil lauer nicht. Aber ich komme mit so ernsten Absichten hierhin und ich kriege das alles so auf dem Silbertablett serviert. Und dann fliegt mein zukünftiges Couple schon direkt raus, bevor wir überhaupt ein Couple haben werden können. Das ist einfach unfair, Leute. Das ist ein guter Blickwinkel für mich. Das tut vieles für mich. Ich bin noch nicht ganz so sicher, ob ich mich freue. Du kannst dich aber freuen. Aber the show must go on, also... That's the spirit. Ein rechtes Showgirl. Aufstehen, Perücke richten und weitergehen. Bevor wir aber auf das Blind-Date mit Laura gehen, schauen wir mal, was bei Kevin eigentlich los ist. Unserem Österreicher. Sagt zur Zeit, also in 10 Deer, eher auf Melanie. Aha, aber die hat sich doch gerade mit Murat verkappelt. Zum Beispiel, wie du brauchst, einfach eine Frau, die was offen ist, die was auch zu dir kommt, die was sie zu dir setzt. Die was auch die zum Lachen bringt. Das stimmt. Das braucht man. Nicht nur immer auf der einen Seite. Und irgendwie ist ja eigentlich mit Julia so im Anbanden anscheinend, scheint da nicht so viel zu kommen. Die ist ja auch mit Melvin beschäftigt und damit Chiara zu ärgern. Nicht immer, dass du die ganzen Gespräche anfangen musst. Das klingt sehr mühsam. Was aber auch immer wieder mal ein bisschen mühsam wird, ist die Beziehung zwischen Mark und Anna. Sie hat einmal eben im Bett einen Spruch gebracht. Sie glaubt, wir werden uns draußen nur streiten. Da hab ich gesagt, so was? Naja, ich sag mal so, sie denkt wenigstens dran, was draußen passiert. Sie sieht sich noch zusammen draußen. Mal das Positive sehen. Ich glaub, das sind Frauen. Die scheiß Frauen, ich hausse die auch. Ich find sie auch schön, wenn sie sich Gedanken darüber macht, aber... Was siehste, ne? Das verstehe ich nicht. Es sind Frauen, die kann man nicht verstehen. Jetzt ist es soweit, Laura sieht ihr Blind Date. Leute, haltet euch fest, das wird sehr... Holt die Täuschentücher raus. Nicht, dass eure falsche Wimper abfliegt. Hallo, Laura. Oh, ist das nicht süß? Oh, ist das nicht süß? Bleibt da bitte stehen, bleibt da bitte stehen. Bleibt da bitte stehen, ich will nicht Corona, Corona, Corona. Ja, Laura, schön dich zu sehen. Tobi, ich muss kotzen. Die schönsten Begrüßungsworte, die ich mir hätte vorstellen können. Und jetzt muss sich Laura entscheiden. Wenn du aber den Schritt in das Herz machst, entscheidest du dich für Tobi. Das heißt, du darfst keine weiteren Männer kennenlernen. Denn sie darf nicht mehr dann zurück in die Villa, weil Tobi war ja schon aus der Villa draußen wegen Corona und Quarantäne. Sie wurde ja nicht eingehalten in die Quarantäne. Als er dann draußen war, müssten sie jetzt zwei Wochen, quasi müsste er ja wieder in Quarantäne. Und dann kann er erst wieder rein und geht ja alles nicht. Die Scheu ist ja schon fast vorbei. Deswegen muss sie sich jetzt entscheiden. Wie entscheidest du dich? Für mich und die Liebe oder für die Villa? Ich nehme das Geld. Nein, sie nimmt natürlich Tobi. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist die gut? Ich freue mich für die beiden. Bin ja jetzt da. Achso, ja, bist du ja jetzt da. Die sind einfach so süß. Mir ging es gar nicht gut. Nein. Nein, sie hat nur von Tobi geredet. Sie konnte auch ihr Herz an niemand anders vergeben. Und jetzt kriegen auch die Eiländer die frohe Botschaft. Versammelt euch jetzt am Flat im Wohnzimmer. Ganz kurze Frage. Als ich das gelesen habe, war ich so, am Flat? Was soll das sein? Ja, ich habe es nicht verstanden. Seit wann nennt man einen Fernseher auch Flat? Das verstehe ich nicht. Das sagt doch keiner. Ich schaue noch eine Runde Flat oder könntest du den Flat ein Stück nach rechts tragen oder... Hä? Benutzt ihr das? Ist das ein Ding? Sorry, also ich benutze es nicht. Ich muss nur leider mitteilen, dass ich von diesem Blind Date nicht mehr zurückkommen werde. Denn ich habe einen neuen Flat mir gekauft. Aus dem Grund, der sich links vor mir befindet. Hi Leute. Ja, das ist mein Mann. Nein, da kann man sich schon wirklich mal mit freuen. Ich finde, diese beiden sind so ein schönes Paar. Die hätten auch von... Also auf jeden Fall das Potenzial gehabt. Selbst, wo sie sich so spät kennengelernt haben. Ich finde, das hat so gut harmoniert, dass sie Potenzial gehabt hätten, das Ganze doch noch zu gewinnen. Also oftmals gewinnen ja, glaube ich, oder haben höhere Chancen, umso länger man drin ist. Die Beziehung kann sich mehr und mehr aufbauen und so. Aber die waren so ein schönes Pärchen. Ich hätte für die gewartet. Was ähnliche Freude auslöst, ist die Nachricht, dass Henrik und Sandra jetzt in die Private Suite dürfen. Zumindest bei Henrik. Sandra ist eher so... Naja. Nein, kein Druck. Aber dort hat er ja Sex mit Omi. Ach, das war das. Ach so, deswegen willst du da nicht hin. Jetzt verstehe ich. Ach, jetzt verstehe ich. Deswegen habe ich jetzt nicht unbedingt Bock drauf. Ah, jetzt blend das aus. Denk da nicht dran. Die anderen überlegen aber schon, was passieren wird. Die Frage nämlich, haben Sandra und Henrik Sex? Ja oder nein? Also ich sage nein. Eigentlich sagen fast alle nein. Ich sage auch nein, weil Sandra stark genug ist. Ja, ganz genau. Sie ist eine starke Frau, aber sie kann es schaffen. Aurelia war aber auch eine starke Frau. Aber der Sangria, Leute, war einfach lecker. Ich sage auch jetzt ja, weil erstens Henrik will, zweitens hat die, ist glaube ich jetzt richtig für dich. Also Henrik will, danach ist eigentlich auch... Das reicht doch als Begründung. Nur langsam Zeit, dass er in die Geschichte... Ja, ich habe eine Geschichte hier. Er wäre nämlich der Erste, der mit zwei verschiedenen Frauen in der Private Suite Sex hätte. Und seine MitbewohnerInnen glauben einem fest daran, dass Henrik es schafft, die zu überreden. Ja, macht's ja auch. Überleg mal, wenn er eins kann, dann labern. Es so Tim, wenn Henrik eins kann, dann labern. Da kommen zwar viel heiße Luftball raus, aber es kommt was raus. Und zwar stetig. Aber da habe ich es komplett ausblenden können. Von daher bleibe ich da eher am Jetzt und Morgen anstatt in der Vergangenheit. Ich sage einfach mal, das ist ein Sprichwort, was man verwenden kann, wenn man möchte. Die Dame, die kann mit ihren Reizen spielen. Da fällt es vom Glauben ab. Die Dame, die Dame, die Dame. Henrik hat für die Dame einen kleinen Zaubertrick vorbereitet. Ich muss sagen, ich finde es ganz süß. Also, das sind die Momente, wo ich sehe, dass sie vielleicht doch eine ganz süße Beziehung haben. Weil sie sehr doll lachen müssen über seinen schlechten Zaubertrick. Diesen Ring lasse ich verschwinden, okay? Ups, Entschuldigung. Also, ach nee, ich habe schon falsch gemacht. Ich muss noch abwarten. Ich hatte noch nicht geliebt. Ich weiß nicht, dass ich noch eben, okay? Also, Leute, ich lasse jetzt diesen Ring verschwinden. Dazu reibe ich den einfach hier. Oh, Entschuldigung, ist mir runtergefallen. Also, ich reibe den jetzt hier. So. Und. Tada! Meinen sieht es nicht, ne? Meinen sieht es nicht. Boah, Wahnsinn. Ich hoffe, ihr habt genauso doll gelacht wie Sandra bei Henrik. Wer aber noch ein bisschen unglücklich aktuell ist, ist Nele. Und Tim ist ja quasi der Love-Guru, der Villa. Deswegen hat er ihr angeboten, wir können gerne mal drüber quatschen. Wenn Melina mich dann nicht umbringt, wenn ich morgen mit dir darüber quatsche. Wie findet es Melina? Ja, das ist mir doch scheißegal, wenn du mit dem Team redest, oder nicht? Ich bin ja nie eifersüchtig, nie. War ich noch nie. Guck, guck, guck schön so. Du hast auch... Ja, weil du mir damit indirekt unterstellst, dass du nicht mit ihm reden darfst. Ich finde, Nele hat sie eigentlich nur so ein bisschen geneckt, so nach dem Motto, hey, außer du verbietest... Also, wenn da ja kein Problem wäre, dann kann er ja dann einfach drüberstehen und mitlachen, oder? Also, was ist das denn? Sie ist mal eingeschickt. Du warst mich gerade richtig sauer. Die wissen doch gar nicht, wie ich bin, wie ich sauer bin. Melina sind Probleme, wo keine sind. Ja, du kannst lieber die Zeit nur benutzen, das wäre auch nicht... Ich finde mal echt eine Geduld, ne? Jetzt bin ich wieder fies. Ja. Ja, aber das ist nicht cool. Du musst jetzt ein bisschen trennen. Komm mal her jetzt. Du musst berufliches und privates trennen. Deswegen überlege ich auch die ganze Zeit, mir ein Geschäftshandy zu holen. Aber was mache ich dann auf meinem privaten Handy? Du bist aber schuld. Alleine, wo du schwanger angefangen bist mit der Laura, weil du die umarmt hast, dass ich eilersüchtig wäre. Damit hat es schon angefangen. Ja, weil du ja eilersüchtig warst. Und du kippt dich auf nicht sauer zu sein oder eilersüchtig zu sein? Ich bin doch nicht eilersüchtig. Ist sie nicht? Auf gar keinen Fall. Aber bist du knatschig? Du lässt manchmal schon ein bisschen, wenn du nervig oder knatschig bist, Dinge an mir aus. Timme, fragt sie nicht, ob sie knatschig ist. Ich glaube, er versteht das nicht. Ich glaube, er versteht auch mich nicht. Ich glaube, das ist ja kein Sinn. Ich werf das Haarentuch. Ciao. Und dass er das jetzt so darstellt, als ob ich irgendeine kranke Alte wäre, die wegtickt, wenn man jemanden umarmt, der wäre immer den Arsch offen. Nee, das macht der Tim nicht. Der stellt das nicht so dar. Das machst du ganz alleine. Weil entweder du kommst mit mir klar oder halt nicht. Ja, ich lieb's, dass Melina immer so tut, als ob ihr das so völlig egal wäre. Und entweder so oder halt nicht. Aber man merkt die halt an, es ist ihr halt nicht egal. Und ich hab mir immer gesagt, egal wie klein diese Zeichen sind, dass es nicht passt. Melina, kurz vorm Finale, willst du uns das antun? Es passt für mich nicht. Also es ist aber gut, dass sie jetzt erstmal mit Melanie redet und erstmal jetzt ihre Probleme sich anhört. Ich hab gemerkt, so je näher ich da komme. Die haben ja auch schon geknutscht, also Melanie und Murat. Dass das aber gar kein Kribbeln ausgelöst hat, sondern das ist einfach cool und lockern. Oh, oh, bei Murat ist der Funke wohl nicht übergesprungen, aber... Ich denke, Kevin vielleicht kennenlernen möchte. Kevin, hast du das gehört? Weil irgendwie abgeschrieben ist der noch nicht. Das ist doch schön, weil auch Kevin findet ja Melanie interessant. Ja, aber Kevin ist gerade noch mit einem Gespräch mit Murat. Weil ich hab mit Nele wirklich nur geredet. Ich hab ihr gesagt, das ist dumm, wenn sie jetzt gehen würde und so. Murat denkt, Melanie ist irgendwie sauer, weil er mit Nele geredet hat. Darum geht's aber gar nicht. Das wäre voll kindisch von der... Ja. Das wäre kindisch. Aber die ist ja nicht Melina, sondern Melanie. Alter Frauen, Junge. Ich hasse die auch, ey. Bitte, lass mich einfach nur hier sitzen. Melanie muss sich jetzt ausweinen, aber es ist Zeit, der nächste Tag bricht an und Henrik kommt aus der Private 2 zurück. Und sagt, es ist nichts passiert. Das ist so richtig, so richtig enttäuschend. Ey, das... Ja, da hat er sich eine Umarmgeführ verdient. Dicken Daumen nach oben. Ehrlich? Nein, safe. Das hätt's niemals gemacht, Digga. Weißt du, weil... Es ist anders, ne? Die sind... Ja, ja. Es ist alles anders. Ich bin ein ganz neuer Mensch. Ich hab schon mal den Abwasch gemacht. Das sagen auch Leute. Ich bin auch, Henrik hat sich voll verändert durch dich. Ja. Er ist auch kein Morgenmuffel mehr. Ich weiß ja nicht, wie er vorher hier war, so. Genau so. Nur halt, dass er mit Aurelia war. Auch nochmal halt über Dinge, wie es nach der Show aussehen könnte. Ja, sie reden über die Zukunft. Ja, sie ist genau so eine Frau, die ich brauche, so als Freundin, weißt du? Oha. Das ist schon... Das sind schon starke Worte. Und jetzt hören, Digga. Das ist so... Endlich hat Henrik die große Liebe gefunden. Ich bin dabei, Gefühle zu entwickeln oder hab sie vielleicht schon entwickelt. Die hast du entwickelt. Ich glaube schon. Love Island hat es möglich gemacht. Neu, aber schön. Also ich hab ja schon gesagt, dass es so kommen wird, dass Henrik irgendwann die sagt, so, ja, ich hab mich verliebt und so, zum ersten Mal. Ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Ich weiß nicht, kann sein, dass ich mir selber am Weg stehe und mir zu viele Gedanken mache. Ja, Melina. Ja. Wo ich normalerweise zu Hause gesagt hätte... So, reicht mir, ich will das nicht. Sie ist eher so ein Typ, ich werf das Handtuch, kein Bock mehr. Und dann bin ich halt eigentlich ein Mensch. Genau an dem Punkt sag ich, okay, damit ich halt eben nicht verletzt werde. Okay, komm, tschüssi, Koski. Ja, schade, oder? Ist mir klar geworden, dass du mich gar nicht so gut verstehst, wie du es immer behauptest. Das sind so harte Worte. Wir alle haben gesehen, wie viel Geduld Tim mit ihr hat. Wie gut er sich in sie hineinversalzen kann. Wie empathisch er mit ihr ist. Ist das echt ein bisschen unfair. Sondern, dass du mir einfach das sagst, was ich hören will, gefühlt, damit es keinen Stress gibt. Ja, aber wenn man doch empathisch ist, dann bedeutet das doch auch, dass man Sachen sagt, wenn man weiß, dass sie nicht den anderen verletzen, dass sie ihm gut tun und so. Aber das ist doch nicht... Also natürlich kann man das irgendwie so negativ auslegen und sagen, du sagst es nur, damit du mich hier bei der Stange hältst. Aber ich glaube, das ist die falsche Sichtweise. Was auch wirklich vollkommen in Ordnung ist, weil nicht jeder Mensch kommt mit meiner Art und Weise klar. Denn sie hat ja so eine hohe Mauer und sie kann so schlecht über Gefühle reden und, und, und. Wenn ich mit einer Art nicht klarkommen würde, hätte ich ja nach drei Tagen gesagt, okay, komm, fuck off. Es ist echt so, wenn der Tim nicht wirklich sie richtig gut finden würde, der, kein Mensch, der nicht wirklich, wirklich was in ihr sieht, lässt doch so lange das mit sich machen und sie immer wieder hin und her. Und dieses, es ist echt, äh, eine anstrengende Beziehung, würde ich sagen. Und es ist viel Arbeit und es ist ja auch schön, dass sie diese Arbeit auf sich nehmen beide. Ich hoffe wirklich, dass es in Zukunft auch ganz, ganz lange hält und ich wünsche ihm nur das Beste, aber es ist einfach so unfair, ihm das so vorzuwerfen. Ich weiß halt dann einfach nicht, ob ich das Richtige für den Tim bin. Ja, und man merkt natürlich auch, dass Melina nicht das größte Selbstbewusstsein hat und sehr viele Selbstzweifel und das ist irgendwie auch schade. Ich finde, dass es Zeit braucht und dass es nicht vom einen auf den anderen Tag kommt. Und ihr habt doch auf Love Island so viel Zeit, ihr macht den ganzen Tag nichts anderes, außer sich kennenlernen. Ich kann dir nur sagen, dass ich ein gutes Gefühl habe, dass ich der Meinung bin, dass ich es probieren würde. Der Tim, äh, 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 er hat mehr Geduld, als ich jemals in meinem Leben haben werde. Aber ich glaube, ihr habt einfach Angst, verletzt zu werden. Nennen wir das Kind beim Namen. Schön, Melina, dass sie es selber irgendwie einsieht, selber merkt. Ähm, ich glaube, es ist es einfach und ich hoffe, dass Tim ihr dabei helfen kann, diese Ängste zu überwinden. Melanie überwindet auch ihre Ängste und spricht Murat mal drauf an, was jetzt so los ist. Ich habe gemerkt, dass je näher wir uns gekommen sind, desto weniger war da. Was sagt Murat dazu? Ja, wir haben so eine physische Attraktion so. Er hat doch vorher noch gesagt, dass da kein Kribbeln und nix war. Es passt nicht. Ja, das kam an, das hat er verstanden. Ich will nix, ich will nix erzwingen. Das ist schön, das ist, also kann man positiv hervorheben. Jetzt, wo das kleine Gespräch mit Murat vorbei ist, äh, unterhält sie sich mal mit Kevin und der berichtet, wie das mit der Julia so läuft. Ob das auch Beidseitigkeit ist oder Einseitigkeit ist. Fühlt sich ja eher einseitig an. Es ist halt einfach schwer, dass in der kurzen Zeit, ja, selber keine Plan, das ist. Wirklich glücklich scheint er auch nicht zu sein. Aber es hat so gar nicht gefunden. Wie jetzt? Gar nicht. Was, ist es dir, Murat? Gar nicht. Wie? Heißt es? Der Herren, der gefällt mir besser, weil ich merke, dass ich die Nähe schon eher suche. Da kribbelt es anscheinend schon. Murat kommt aber ganz gut drüber hinweg. Er hat sich einfach ein schönes Outfit von heute Abend rausgesucht und kann zumindest über sich selbst lachen. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie Tilletabys noch kennt. Die Sonne, die da immer aufging, dieses lachende Baby, das war ich vor 20 Jahren. Ne, das bist du. Immer noch. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Jetzt ist es aber Zeit für eine Zeremonie. Keine Tee-Zeremonie, sondern eine Gianna-Ina-Zeremonie und sie kommt voller Elan in die Villa. Bitte kommt alle hier zur Feuerstelle. Kommen Sie, kommen Sie, kaufen Sie, kommen Sie zur Feuerstelle. Die authentischste Frau hier. Wer könnte das wohl sein? Es ist tatsächlich Melina gemeint. Und Tim ist? Der authentischste Mann. Ein authentisches Pärchen durch und durch. Das haben die ZuschauerInnen gevotet. Ich frage mich mal, wo dieses Voting stattfindet. Wahrscheinlich in der App oder so, ne? Anna, dich halten nur 3% der Zuschauer für die ehrlichste Frau hier. Das ist ziemlich hart. Kann ich absolut nicht erklären. Was soll man auch dazu sagen? Es ist übrigens jetzt im Nachhinein, hat Anna in ihrer einer Insta-Story erwähnt, dass diese 3% glaube ich zustande gekommen sind, weil 97% quasi Melina und Tim hatten oder so. Also sie war quasi die drittauthentischste Person. Oder Melina und eine andere Frau, ich weiß es nicht. Dieses Voting, diese 3%, die haben die halt ein bisschen anders gedeutet, als eigentlich ist so. Welchen Titel bekommt denn Chiara? Die sexieste Eiländerin hier. Was? Und? Was? Ich? Ja, ich nehme die Wahl zur Miss Germany an. Die am meisten nach der wahren Liebe hier sucht. Büss. Ich kann es aber unterschreiben. Ich würde da, würde ich mein kleines Kürzel, würde ich hinschreiben. Rella Pratschek sagt. Supi. So lieber Henrik, niemand hier auf Love Island hat so viel Erfahrung gesammelt wie du. Sehr diplomatisch ausgedrückt, sehr diplomatisch. Einer, der sogar den Abwasch hier macht. Sogar ein ganzes Mal, ja? Danke, Chiara Ina, danke dafür. Es sind keine großen Überraschungen bei der Paarungszeremonie, bis auf vielleicht, dass Kevin tatsächlich Melanie wählt und Murat jetzt die Wahl hat zwischen Nele und Julia. Mit ihr hatte ich hier eher eine holprige Zeit. Klingt für mich eher nach Nele. Ich würde diese Person trotzdem doch näher kennenlernen wollen. Aber wir werden überrascht. Julia. Das heißt, wir müssen uns von Nele verabschieden. Julia und Murat, ich sehe da nicht, dass da was wird. Wer aber jetzt natürlich ein bisschen niedergeschlagen ist, ist Anna, wegen den 3%. Und das ist alles, was zählt, Leute. Anna liegt schon im Bett und Marc hat nichts Besseres zu tun. Ich verstehe es auch nicht. Ich finde es aber schlimmer, dass wenn du weißt. Mir geht es gerade nicht gut. Sacht, da wirst du mich immer beschäftigen. Und du dann nichts Besseres zu tun hast, als da rumzutwerken. Die steht in guter Laune, die kannst du dir mal hier vom Gesicht abschminken. Ich verstehe es auf der einen Seite, dass ich dich einfach einfühlsamere. Waren Marc gewünscht hätte. Auf der anderen Seite verstehe ich, dass Marc auch mal Lust hatte zu twerken. Wir kennen es alle. Henrik hat was geplant. Dann ist das eine schloppige Überraschung. Supi wird es. Ich bin der Henrik und ich habe eine kleine Überraschung für die liebe Sandra vorbereitet. Warum sagt er, hallo, ich bin der Henrik? Warum? Warst du Hilfe? Ne, vielen Dank. Er macht nämlich im Gegensatz zu Marc das ganz alleine. Es wird jetzt auf jeden Fall romantisch. Ich kann es kaum erwarten. Da ich das natürlich mit so viel Liebe vorbereitet habe. Ja, ganz alleine hat er das vorbereitet. Das wurde nicht für ihn hergerichtet. Es war ganz, ganz viel Liebe vom Praktikanten von Duff Island vorbereitet. Oh, fuck. Ja, schön das Glas in die Sahne reingedatscht. Hat es direkt sauber gemacht. Ist ja nicht so, dass er sich im Bad befindet, wo ganz viel fließend Wasser ist, wo er einfach das Glas hätte drunter halten können. Nein, er hat es wirklich abgeschleckt. Das verstehe ich nicht. Ja, noch freut sie sich. Noch weiß sie auch nicht, welches Glas sie bekommt. Wenn du so eine ganz besondere Dame wirst. Jetzt greift sie nämlich zum Falschen. Das geschleckte Glas kriegt tatsächlich Sandra. Ich lieb's auch, wie sie es vor so in der Hand hat. Was ist das für ein Scheiß? Ist da was dran? Wir haben jetzt nicht gesehen, ob sie es abgespült hat oder nicht. Sie trinkt auf jeden Fall freudig daraus. Dafür wollte ich dir doch echt Danke sagen. Danke, dass du, nachdem Aurelia mich so gut bearbeitet hat, dass ich mich jetzt dir öffnen konnte. Dass du mich zu einem besseren Menschen machst. Hm. Dann wollte ich halt sagen, dass ich glaube, dass ich... Leute, jetzt kommt, seien wir alle bereit dafür. Ich weiß es, dass ich mich ein bisschen nicht verliebt habe. Nein, damit hätte ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Wow. Haha, was für eine Überraschung. Hendrik hat sich endlich verliebt. Damit hätte ich nie im Reben gerechnet. Ein bisschen neu für mich, aber ich merke es einfach, immer wenn ich dich sehe. Ich weiß nicht, was ich jetzt so sagen soll. Ich bin auch ein bisschen nicht verknallt. Aber nur ein bisschen und nur verknallt. Nicht verliebt. Du darfst dich auch ein bisschen nicht verknallen. Bist du dir sicher? Ah, es ist schön, Leute. Nee, wieso? Nee. Hä? Du redest ganz normal. Ich rede ganz normal. Du brauchst keine Untertitel. Ich roll das R nicht. Ja, weil wir einfach beide ein bisschen anders reden. Wörter, Betonungen, so... Akzent. Ich finde es witzig, dass ich das nie gehört. Ja, aber ich finde auch nicht, dass ich komisch rede. Du redest halt fränkisch. Komisch nicht. Anders? Ja. Du redest halt ein bisschen fränkisch und das ist auch nicht so schlimm. Das R wird halt immer gerollt und gut, dass er nicht Mervin heißt, sondern Melvin. Kann man nicht so viel falsch machen. Wo es jetzt aber ein bisschen emotionaler wird, ist zwischen Marc und Anna. Und denn der spricht sich mal so richtig aus. Ich habe irgendwann aufgehört zu sprechen und ich habe halt richtig krass gestottert. Richtig krass. Das habe ich mir jetzt schon gedacht als Öfteren, als ich ihn reden habe, hören, dass er oftmals so Sätze neu anfängt, so lange Pausen, Denkpausen macht. Das merkt man oft, dass Leute, die früher mal gestottert haben, dass die so reden, wie Marc auch redet. Ich wusste im ersten Moment gar nicht, was ich sagen sollte, weil man denkt es einfach nicht, wenn man ihn jetzt sieht. Doch, ich habe es mir schon gedacht. Aber kann ja nicht jeder so eine Menschenkenntnis haben wie ich. Ich hatte mal einen kleinen Hund. Ich kam nach Hause und sie erstickt halbwegs auf dem Teppich. Nein, ich mag die Geschichte nicht. Ja, als der kleine Hund von mir gegangen ist, ist so viel von mir gegangen, das glaubst du nicht, weil er hat einfach mein ganzes Leben so halt miterlebt. Mir geht gerade auch was. Ich finde es auch ganz schlimm, wenn in Serien oder Filmen, wenn da Hunde sterben. Das ist ja nicht mal echt. Aber ich hasse das. Ich kann das nicht. Ich möchte immer, das ist mir scheißegal, wie viele Menschen da sterben, aber wenn ein Hund stirbt, das ist für mich das Schlimmste. Dass es sich nicht lohnt zu verstellen, dass man jeden Moment nutzen sollte, den man irgendwie hat, weil man einfach merkt, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Rest in peace, little doggo. Die nächste Challenge steht an und da geht es darum, herauszufinden, wer sich besser kennt, welche Kappels sich besser untereinander kennen und deswegen sprechen Melvin und Chiara noch mal ein paar Sachen durch. Wie zum Beispiel, wärst du lieber arm und keiner mag dich? Nee, arm und jeder mag dich oder reich und keiner mag dich? Und Melvin entscheidet sich dafür. Ich bin immer lieber arm und hübsch. Gut. Arm und hübsch. Wir haben die Zeit gut genutzt und uns noch mal ein bisschen mehr kennengelernt. Da wissen wir jetzt auch Bescheid. Was magst du gar nicht? Was sind so deine Abneigungen? Bin ich gespannt. Ich hasse Leberwurst. Gut, es notiert Leberwurst. Du hasst Leberwurst? Beste Reaktion. Erst an was du denkst, wenn du an... Abneigung, ja. Da hat jemand ein großes Leberwurstproblem. Ja, das nächste Spiel, da kann ich auch ein bisschen raus. Kann ich kürzen. Die Folge wird lang genug. Es wird ein bisschen schleimig und ich liebe es, wenn Leute hinfallen und sich nicht dolle wehtun. Aber ich liebe es zu sehen, wenn Leute hinfallen oder nicht aufstehen können oder so. Ich muss ja jedes Mal so doll lachen. Deswegen zeige ich das auch mal. Welch Sinnbild für den Kampf der geschundenen menschlichen Kreatur? Was soll die Scheiße machen? Die gehen immer so rein. Aber Melanie Eil zur Hilfe. Ja, warte mal, geh mal hoch. Ich versuch dich so. Ich versuch... Ich kann... Ich weiß nicht, ich finde es so lustig. Diese Szene auch bei Kevin Alley in New York, wo dieser Typ da auf diesem glitschigen Boden ist und dann so rumdings. Ey, da habe ich mich schon beömmelt. Das ist... Ich weiß nicht, wie das ist. Das ist mein Humor. Das Spiel zieht aber Folgen nach sich. Denn eine Frage, die Melina und Tim bekommen haben ist... Wer mag wen lieber? Das ist natürlich eine fiese Frage. So eine Frage kann man nicht beantworten. Sollte man auch lieber nicht. Ich habe dann einfach auf ihn gezeigt. Aber nicht, weil ich so denke, sondern einfach, weil ich gewinnen wollte. Und sehr klar war, dass Tim so auch sich selbst nimmt. Dass genau die Frage kommt, das ist einfach... Sehr gut gemacht von RTL 2. Zu einem mega ungünstigen Zeitpunkt. Weil es ja eh gerade so ein bisschen kriselt, die sich ja eh so ein bisschen unsicher sind. Deswegen habe ich doch auch direkt gesagt, das ist aber nicht so... Hat trotzdem gut reingehauen. Man hinterfragt dann automatisch nochmal Sachen. Warum kämpft vielleicht so eine Antwort oder was hat es damit auf sich? Überdenk es vielleicht nicht so sehr. Ist doch klar, dass mich so etwas wieder einholt. Denk nicht zu viel drüber nach. Du musst gerade die ganze Zeit dagegen ankämpfen, nicht wegzugehen. Melina kämpft dagegen an. Ich bin so froh, dass sie noch nicht aufgestanden ist und weggegangen ist. Das ist wirklich wowi. Ich weiß, dass es ihr schwerfällt, aber es ist doch okay. Ja, ist so einflussbar. Weißt du, du hast mir eine ganze Zeit generell, ob du es gemerkt hast oder nicht, so viel Halt und so viel Kraft gegeben. Was für liebe Worte von Melina. Weißt du, dass uns solche Sachen, die sage ich dir nicht. Aber es ist so schön, dass du es jetzt gesagt hast. Das bedeutet uns allen sehr viel. Du dich in den drei Wochen hier gegenüber geöffnet hast. Es ist einfach krass und ich bin mega dankbar dafür. Ich bin auch mega dankbar dafür. Es ist so schön. Nachdem jetzt alles so schön harmonisch wieder ist, müssen jetzt aber Couples gehen. Beziehungsweise erstmal können die AlländerInnen diejenigen wählen, was sie sagen. Die verdienen es auf jeden Fall ins Finale zu kommen. Ihr habt zwei Stimmen. Ihr dürft euch nicht selbst wählen. In Regen ist das scheiße. Es ist immer eine sehr unschöne Situation, wenn man sich selbst nicht wählen kann. Nein, Quatsch hat er ja nicht gesagt. Aber wäre witzig. Ich weiß nicht, auch wenn er sagt, dass er sich verdient hat. Ja, ich habe da auch immer noch meine Zweifel. Es ist einfach Chiara und Melvin. Aber da habe ich halt auch so meine Zweifel. Die meisten Votes haben bekommen Tim und Melina, Anna und Marc und Melvin und Chiara. Welches Kappe zählt mit euch in das Finale ein? Das dürfen die jetzt entscheiden. Ob es fürs Finale reicht. Ich habe auch ihn gefragt. Was ist für dich ein Finalpaar? Ja, was ist es? Das ist nicht einfach nur, man hat sich gerade kennengelernt. Weil Chiara und Melvin sich auch nicht gerade erst kennengelernt haben. Aber die sind ja ein Finalpaar. Ich sage mal so, es ist jetzt nicht so spannend, wen sie jetzt noch da behalten wollen. Das ist natürlich völlig klar, dass Sandra und Henrik entschieden. Sandra und Henrik bleiben. Das heißt, wir verabschieden uns jetzt von Kevin und Melanie und Murat und Julia. Tschüss, schön war's. Wen wir aber jetzt Hallo sagen, sind den Eltern. Die werden nämlich per Videobotschaft zugeschalten. Ist es Laie? Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gerade geschnitten habe, musste ich ein bisschen dabei weinen. Weil ich so emotional fand. Und ich bin die Mama. Hallo Tim. Hi, grüß euch. Hallo Tim. Willkommen in der Familie. Schön. Auch Tims Mama ist da. Du bist super authentisch. Du bist so, wie du bist. Du bist ehrlich. Du bist toll. Du liebst dich echt. Das sind doch tolle Worte. Opa hat sich sogar die App runtergeladen. Die ist auch auf dem neuesten Stand. Opa hat übrigens die App jetzt. Ich hab die auch. Die App. Cool, oder? Auf dem iPad. Diep, diep, diep. Auch Annas Eltern sind da. Hallo. Ali, hallo. Ali, hallo. Auch der Doggo ist am Start. Schönes Pärchen. Das ist auch schön, wenn die Eltern sagen, ja, finde ich gut. Gucken wir mal, was Melvins Eltern sozusagen haben, ob die genauso gesprächig sind wie er. Ich weiß nicht, ob die Verzögerung nur so lange war oder ob der Bruder einfach ein bisschen peinlich berührt war. ist auf jeden Fall eine peinliche Situation. Sandra, du scheinst ihn ja auch ganz gut im Griff zu haben. Ja, na klar. Das ist irgendwie weird, oder? Ich sehe irgendwas in seinen Augen, irgendwas. Ich weiß nicht, was das ist, aber irgendwas ist da, glaube ich. Ich glaube, das nennt man, ähm, was ist da in seinen Augen drin? Enttäuschung. Ist halbwegs alles okay noch so, weil du weißt ja, ich hab ein bisschen so, ne? Irgendwelche Geschäfte am Laufen, wo er sich drüber kümmern muss, oder was? Ja, also, ja, aber es ist alles gut. Also, du hast dich gut gegeben und so. Ich bin froh dafür, die letzten Tage. Dich mal wieder ein bisschen zusammengerissen hast. Natürlich, bis der Anfang war natürlich so, dass ich mich ein bisschen gewundert habe. Wir alle haben uns gewundert. Wolltest du dich so zeigen, oder warst du einfach nervös wegen der Kameras? So was von der eigenen Familie zu hören, ist irgendwie so, ist echt schon eine kleine Ohrfeige, oder? Irgendwas damit zu tun hat, dass irgendetwas nicht so gut war, das kann natürlich auch sein. Was könnte denn nicht so gut gewesen sein bei Hendrik? Ich weiß es nicht. Die Geschichte mit Aurelia meinte, dass ich da vielleicht ein bisschen hätte, ein bisschen sanfter, ein bisschen umsichtiger mit der Sache umgehen sollen. Ich weiß es nicht genau. Ich vermute mal ganz stark, dass es das war. Bro, wie geht's? Mama und Dad? Alles gut? Ja, dir geht's allen gut. Ähm, genau. Ähm, genau. Wir stehen immer hinter dir, das weißt du, und ähm... Äh, das klingt irgendwie so, als wollen wir das nicht tun. Egal, was passiert, die Familie ist da. Ich hoffe es einfach wirklich. Süß. Das war dein lieben Rumpur, gell? Mhm. Ja, Hendrik sieht einfach glücklich aus mit der Gesamtsituation. Was ist? Hm. Was ist denn? Er wird gerade ein bisschen wie ein kleiner Psychopath. Es kommt gleich wieder. Ich muss jetzt erstmal schön einen rauchen gehen. Als er mir mit seinen Augen sagen will, halt, ne? Die Augen sagen mehr als tausend Worte. Dass irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Das hat gar nichts mit dir zu tun, weißt du? Er vermutet, dass er mit der Familie ist, sodass die es vielleicht nicht gut finden, was er so gemacht hat. Mich würde es schon sehr wundern. Dass irgendeine scheiß Bild-Zeitung oder so meinen Familiennamen im Dreck zieht, Digga. Mhm. Also ich bin ja auch kein Bild-Zeitungs-Fan. Aber das mit dem Namen im Dreck ziehen, das machst du schon selbst ganz gut. Auch ohne Bild-Zeitung. Meine Eltern waren sowieso nicht begeistert, dass ich hier mitmache, so. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das war unsmart von mir, weißt du? Weil ich wusste es halt nicht so. Ja, du hattest... Ich hatte es nicht so auf dem Schirm mit Presse und Öffentlichkeit und sowas. Ach, das ist eine Kamera? Wird das gesendet? Im Fernsehen und Internet? Ach, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ach, und da kann Presse... Oh. Ach so, nee, das möchte ich jetzt eigentlich nicht. War halt von mir dumm. Ja, gut, wenigstens sieht das ein. Mich war anfangs an ganz, ganz, ganz ein anderes Verhalten. Aber ich glaube, dann wäre er auch nicht Hendrik gewesen. Was ist das für eine Aussage? Also ich finde, man kann sich auch zusammenreißen und trotzdem noch man selbst sein. War ja auch noch der Einzige, der wirklich Sex hatte, so vor der Kamera. Stimmt. War wirklich der Einzige. Gibt's... Ich wüsste gar nicht mehr, wie es in vergangenen Staffeln war. Gab's da immer ein paar, das hatte? Oder mehrere? Aber jetzt, ja, lass es mal auf, da stecken wir eh nicht drin. Nee, wir stecken da nicht drin. Hendrik steckt es schon drin. Ich war gestern sehr angepisst auf deinen Couple, also auf Hendrik. Was ist da passiert? Weil er zu den Jungs meinte, also zu Tim und zu Marc... Was hat er wohl gesagt? Ey, einer von uns dreien wird morgen gewinnen, also Hendrik, Tim oder Marc. Aha. Und was ist mit Chiara und Melvin? Und hat mich und Melvin halt so quasi, ähm, nicht als Couple gezählt. Boah. Die beiden sind eh nix halt. Finde ich schon ein starkes Stück. Ich will es ihn auch nicht noch mehr belasten mit seiner scheiß Stimmung, jetzt sowieso nicht mehr, aber halt, dass du es weißt, weil... Ja. Sandras Reaktion ist auch so, ja, könnte mir halt auch nicht egaler sein. Es läuft dann eh wieder darauf hinaus, dass das alles nicht so gemeint war. Deswegen lässt es Chiara jetzt einfach. Letztendlich das, was zählt, ist, was ich mit Melvin habe und wie wir hier rausgehen und alles andere ist mir jetzt egal. Richtige Einstellung. Es ist ja auch schon bald zu Ende. Das wollen wir jetzt hier noch großen Streit anfangen. Leute, und jetzt kommt wieder eine Challenge. Wir müssen in Brautkleid und Brautanzug, Bräutigamsanzug, Bräutigzug, wie auch immer, so ein Parcours entlanglaufen. Und da hören wir mal hin, was der Kommentator so sagt. Die nächste Staffel kommt vielleicht schneller, als ihr denkt. Zwinker, zwinker. Zwinker, zwinker. Ja, eventuell habe ich letztens schon die Pressemitteilung gelesen, dass tatsächlich nächstes Jahr wahrscheinlich zwei Staffeln auf allen rauskommen und eine schon im Frühjahr ist. Deswegen, ich freue mich mega. Boah, Wahnsinn. Falls ihr noch eine Moderatorin sucht, ich sehe ein Paillettenkleid auch super aus. Ich hatte leider keins. Ich habe jetzt nur das genommen, aber ich schwöre es euch. Ich kann auch auf hohen Schuhen laufen. Halbwegs. Zumindest, wenn ich nicht betrunken bin. Ich glaube, wenn ich betrunken bin, könnte ich sogar besser laufen. Oder es kommt mir dann nur so vor. Aber ich kann auch reden. Jetzt ist es aber soweit. Es ist der finale Abend von Love Island. Und sie gewinnen ja nicht nur die Liebe, sondern auch... Mit der Chance auf einen Hochzeitzuschuss von 50.000 Euro. Ich verstehe nicht, warum es direkt um Hochzeit geht. Aber okay. Ja, die Jungs dürfen alle noch mal ein bisschen was erzählen. Marc, wie geht es denn weiter mit Anna? Wer zu wem zieht, steht auch schon im Raum. Oh. Oh, 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 oh. Und bei dir, Henrik? So, vergat uns doch mal. Wer ist der neue Henrik? Also, ähm, ich wasche manchmal ab. Und ja, ich werde auch nicht mehr so ein Morgenmuffel. Ich bin definitiv auch ein bisschen empathischer geworden. Also, ich gucke ein bisschen mehr auf meinen Mitmenschen. Das ist schön. Das kann ich auch so bestätigen, soweit ich das von dir sehen kann. Und bei dir, Melvin? Mittlerweile genieße ich einfach jeden Tatmichlerer. Wenn ich es dir sehe, bringen sie mich zum Lächeln. Hihi, hihi. Nach Love Island. Wird es einfacher oder schwieriger für euch? Das ist eine gute Frage. Ich bin sehr zuversichtlich. Und, ähm... Die Hoffnung stirbt zuletzt. Alter, 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 alter. Jetzt betreten nach und nach die Frauen die Bühne und die Männer dürfen ihren Kommentar dazu abgeben. Sehr passabel. Sehr passabel. Und was hat Melina in der Zeit gelernt? Dass es gleich gar nicht so verkehrt ist, über seine Gefühle zu sprechen. Oh! Dass auch manchmal mit der richtigen Person gar nicht so schwer ist. Schön, sie wirken glücklich. Und das macht mich glücklich. Nächstes Mädchen begrüßen wir. Finde es nur ich komisch. Ich meine, ich musste mich auch gerade ab und zu verbessern, als ich selbst Mädchen und Jungs gesagt habe. Ich glaube, weil bei Love Island immer von Mädchen und Jungs gesprochen wird, dass man diese Wörter einfach übernimmt. Aber das sind halt erwachsene Frauen und Männer. Die sind halt schon weit von Mädchen und Jungs weg. Ich finde es irgendwie ein bisschen... Finde es nur ich komisch oder ist es komisch? Möchtest du Anna ein Kompliment machen? Möchtest du ein Kompliment machen? Nö, gerade nicht. Ich habe gerade keine Lust. Danke aber für das Angebot. In den Momenten, wo ich sprachlos bin, jetzt bin ich es. Und Henrik, möchtest du Sandra ein Kompliment machen? Ich liebe es, wenn du deine Haare so gelockt machst. Sehr individuelles Kompliment. Und Sandra, wie wird es weitergehen mit unserem unbändigen, bonschlonsigen, schloppigen Henrik? Ich denke, ich habe da schon die Hosen an und kann den da ganz gut zügeln. Ja, wenn das so ist, dann ich glaube, das braucht der Henrik auch. Was empfindest du bei diesem Anblick? Ich bin's, Major Lace. Kleid gefällt mir sehr gut und bringt deine Augen noch mehr zum Strahlen. Deine Augen leuchten so sehr wie Sterne. Ich glaube, dein Vater hat sie geklaut und sie hat in die Augen reingesteckt. Gut, alle Komplimente wurden verteilt. Und jetzt kriegen wir tatsächlich nochmal Besuch in der Villa. Nämlich Melissa, die ja letztes Jahr bei Love Island mitgemacht hat, kommt und bringt den viertplatzierten Umschlag, also wie er im vierten Platz gelandet ist. Natürlich ist es ja auch so, dass Melissa die neue Bachelorette wird. Und dann ist natürlich die große Frage, wie fühlt sie sich? Also ich glaube, vor einem Jahr stand ich auch hier und hätte niemals damit gerechnet, dass ich die Bachelorette sein darf. Ja, wir waren alle ein bisschen überrascht, aber ich habe mich mega gefreut, dass sie die Bachelorette geworden ist. Ich habe schon die erste Folge geguckt und ich bin ein großer Fan. Ich finde, sie macht es sehr gut, soweit. Sind das die vierten Sieger? Und Gianna Ina, diplomatisch wie immer, die vierten Sieger. Und zwar sind es Melvin und Chiara. Glückwunsch. Ich finde, man sieht Chiara deutlich die Enttäuschung an. Nicht nur, dass sie die vierte Siegerin geworden ist, sondern auch, dass quasi Henrik mit seiner Prophezeiung recht bekommen hat, dass sich der Sieg zwischen den drei entscheiden wird und sie eben vorher schon rausfällt. Ihr dürft euch als Erste eure Gefühle gestehen. Bitte schön. So, jetzt dürfen nach und nach die Leute sagen, wie sehr sie sich lieben und wie sehr sie sich freuen. Und man sieht nochmal Rückblicke aus der ganzen Sendung. Aber ehrlich gesagt, ich kann das immer. Ich finde so finale Sendungen meistens super langweilig, weil es immer nur wiederholt wird und wiedergekaut wird, was schon passiert ist, was gesagt wurde. Deswegen erspare ich uns das jetzt und wir kommen zum Ende. Der dritte Platz geht an. Sandra und Henrik Toll, wunderbar. Melissa kommt vorbei und bringt den nächsten Umschlag. Ein sehr wichtiger Umschlag. Ja. Ganz viel Glück. Danke dir auch. Und dir alles Gute. Dankeschön. Hoffentlich findet ihr auch die große Liebe. Und gewonnen haben... Melilla und Tim. Tim nur so, habe ich es dir auch gesagt. Und Melilla so, was? Unser Traumpaar 2020. Na ja, Traumpaar. Na ja. Aber ich freue mich sehr für sie. Wir kommen jetzt zur letzten Challenge dieser Staffel. Und zwar müssen beide einen Umschlag ziehen. Eine krasse Challenge. Und tatsächlich zieht Melilla die 50.000 Euro. Ja, Glückwunsch Melilla. Du hast 50.000 Euro gewonnen. Tja, Tim. Pech gehabt, würde ich sagen. Ja, das ist natürlich die große Frage. Behältst du das Geld komplett für dich? Oder teilst du es einfach mit Tim? Das ist eine schwierige Frage. Ja, das muss ich mir eigentlich gar nicht überlegen. Ich nehme mir 50.000 Euro allein. Tschüss, Tim. Ich kann mich eh nicht so gut öffnen. Und Geld kann ich mich schon viel besser öffnen. Nein. Also wir haben das zusammen gewonnen. Also teilen wir das natürlich auch. Schön. Es ist ja auch nur fair. Es stimmt, man kann Love Island nicht alleine gewinnen. Deswegen muss man das Geld auch teilen, meiner Meinung nach. Eine gute Nacht und Bon Schlonzo. Ja, gut. Da sage ich auch Bon Schlonzo. Bon Schlonzo. Ich sage euch mal was. Mir geht es total gegen den Strich, dass Bon Schlonzo und Schloppik und all diese Worte, dass die so ein Trend geworden sind. Ich möchte, dass dieser Trend jetzt alsbald aufhört. Ich werde diese Worte nicht mehr verwenden und möchte, dass ihr das auch nicht tut. Ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt beim Schneiden vorhin, echt, das war glaube ich in so einer emotionalen Stimmung, so dachte so, oh, jetzt ist es vorbei. Deswegen wollte ich mich auch bei euch bedanken, dass ihr dieses Format so krass angeguckt habt und immer noch feiert, viele Kommentare schreibt und abonniert habt und alles mögliche. Wirklich, es bedeutet mir ganz, ganz viel. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Staffel, die ich kommentieren kann, vielleicht auch moderieren kann. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Man muss ja nach den Sternen greifen. So, ich habe visualisiert Justin Timberlake zu interviewen, das habe ich geschafft. Deswegen, ich mache jetzt ein Vision Board mit Love Island. Bis dann. Tschüss. Ach Leute, was ich noch kurz sagen wollte, das ist übrigens kein Greenscreen. Guckt. Das haben wir extra gebaut. Also, wenn da kein Daumen hoch gibt, weiß ich auch nicht. Und diese Stühle habe ich extra gekauft. Die haben auch ganze 30 Euro gekostet. Ich sage nicht jetzt von Schlanzen zum Abschied, das sage ich nicht. Von Schlanzen! Bis zum nächsten Mal.